die jetzt eigentlich begonnen haben. Sieht man das irgendwo? Kann das jemand bestätigen? Das wurde gestorben. Ja, das hat geklappt. Danke, sehr schön. Das heißt, Mikrofon, Mikrofon, jemand hat da noch das. Ja, genau. Jetzt sind wir also mittendrin und ich freue mich wirklich hier zu erfahren, was hinter diesem Chat-GPT technisch steckt. Ich übergebe das Wort Philipp Womfler und er wird beginnen. Ja, ich warte vorher schon sprechen. Danke sehr für die Einführung. Ich mache es ganz kurz. Wir hören zuerst ein Input-Referat von Marcel, der kann ganz in die Tiefe gehen und für uns muss er das ein bisschen raffen und versucht, das so in einer halben Stunde uns zu erklären, was so die zentralen Mechanismen sind, die da dahinter stecken und dann können wir auf Fragen eingehen, die wir haben und Robin hat auch noch so eine Art, ich denke, eine philosophische Erweiterung vielleicht des Themas oder eine vielleicht noch ergänzende Perspektive, die er dann einbringen möchte. So wird das ungefähr laufen. Fragen gerne in den Chat stellen. Ich werde auch dann gleich noch mal den Link posten. Das hat Janina jetzt schon gefragt, wo die Aufzeichnungen zu finden sind. Auch von der Veranstaltung wird es für alle die Leute, die jetzt nicht hier sein können, wird es eine Aufzeichnung geben, die man sich dann online ganz bequem noch mal anschauen kann und die man auch weiterleiten kann an weitere Interessierte. Ich freue mich sehr, dass Marcel Zeit hat, um hier zu sein und übergebe gerne das Wort an ihn. Ihr seht auch schon seine Folien, die er uns mitgebracht hat. Danke sehr und ja, ich freue mich. Ja, danke für die netten Worte. Ja, wir beginnen vielleicht mal ganz kurz da etwas, naja, die normale Weise, wie ich die Vorträge beginne, nämlich mit den Fehlern. Fehler nicht deshalb, weil ich ChatGPT nicht mag, sondern weil ich finde, an Fehlern lässt sich immer relativ gut erkennen, was eigentlich dahinter steckt. Die Helvetia-Versicherung hat da als Versicherungsberatung vor ein oder zwei Wochen einen KI-Assistenten oder eine KI-Assistentin Clara eingeführt, die dann eben beispielsweise nicht weiss, dass jemand, der 48 Jahre alt ist, schon über dem 17. Altersjahr ist oder Moment, so oder das halt eben die Frage, was man mit Spaghetti, Tomaten und Parmesan kochen kann, halt unter Umständen die Antwort kommt, dass es Spaghetti Carbonara sein könnte und auch ein Rezept dabei ist, was dann halt eben nicht nur Spaghetti, Tomaten und Parmesan beinhaltet. Auf der anderen Seite haben wir eben nicht nur dieses direkte Frage-Antwort- Spiel, sondern eben etwas, was eigentlich aus meiner Ansicht nach fast das Interessanteste ist, nämlich, dass da eben wirklich ein Kontext vorhanden ist. Beispielsweise, wenn man fragt, eben, ob man da Goethe, ob ChatGPT Goethe's Faust zusammenfassen könne, kommt eine Zusammenfassung relativ lang und wenn man dann fragt, und geht es noch kürzer, ist klar, worauf sich das bezieht und das finde ich eigentlich sehr faszinierend. So, in der nächsten rund halben Stunde versuche ich eine ganz kurze Geschichte der KI, dann eine etwas heftige Teil, wie funktioniert ChatGPT, wo ich aber versuche, die technischen Details relativ stark zu abstrahieren und auch wenn man das eine oder andere Detail da verpasst, sollte die grundsätzliche Funktionsweise relativ klar sein und auch daraus wird dann eher klar, wie da diese Fehler möglicherweise entstehen und vielleicht ein, zwei Punkte da am Schluss noch, was da zukünftig auf uns zukommen könnte. Die KI-Geschichte beginnt bei mir eben schon ein paar zehntausend Jahre her mit der Erfindung des Feuers, damit, dass wir dort die Möglichkeit hatten, unsere Nährstoffe besser vorzubereiten, bevor wir sie dann zu uns genommen haben. Was die Basis war, dann um dieses relativ teure Device, das wir hier oben haben, das rund 20 Prozent unserer Ruheenergie verbraucht, das Gehirn irgendwie zu betreiben. Das musste sich irgendwie rentieren. Man musste entsprechend dann besser zur Neuerung kommen, mehr Möglichkeiten haben, die Gesellschaft da voranzutreiben, weil eben schlussendlich ist das ein großes Problem. Also wenn wir unsere Gehirnboosts über die letzten eben ein paar zehntausend Jahre anschauen, dann haben wir eben eine Vergrösserung des Gehirns, dann spätestens mit dem Buchdruck, aber eben auch schon früher die Erweiterung, im Prinzip schon ab der Höhlenmalerei-Zeit, dass wir gewisse Informationen so zeitlich und örtlich transportieren konnten und aufbewahren konnten. Mit dem Internet und den Suchmaschinen kam auch die Möglichkeit, da unser Gehirn zu ergänzen und nicht nur zu erweitern. Und jetzt haben wir die KI- Mechanismen und da stellt sich die Frage, ob und inwiefern diese unser Gehirn nicht nur ergänzen, sondern vielleicht sogar irgendwann ersetzen möchten. Wenn wir uns die KI-Geschichte insbesondere anschauen, dann haben wir so in den 60er-Jahren beispielsweise Elisa, der erste in Anführungszeichen Chatbot, was ein sehr einfaches KI-System war, was auf Schlüsselwörter geschaut hat und im Prinzip einfach diese Schlüsselwörter zurückgespielt hat. Also wenn man gesagt hat, ich bin traurig, ja wieso bist du traurig, etc. Einfach diese Schlüsselworte wurden erkannt, über wenn-dann-Regeln und dann dem Benutzer zurückgespielt. Aus der Zeit stammen auch diverse Optionen, wie man das mit Programmiersprachen effizienter umsetzt. Insbesondere Prolog wurde entwickelt, um solche Logikregeln möglichst einfach abzubilden. Informatiker wären aber nicht Informatiker, wenn sie nicht auch eine gewisse Faulheit an den Tag legen würden und nämlich versuchten, dieses Erstellen von diesen Expertenregeln, wenn dies da ist, dann mach das, irgendwie zu automatisieren. Und so der Durchbruch in diese Richtung war, das Erschaffen von neuronalen Netzen, die versuchen, aus gewissen Eingangsmustern gewisse Zusammenhänge automatisiert zu berechnen und dann zu sagen, was ein mögliches Ereignis ist. Dazu ein bisschen später noch mehr. Die basieren eben insbesondere auf Wahrscheinlichkeiten und eben heutzutage meistens auf der Ausnutzung von grossen Datenmengen, damit sie eben relativ effizient trainiert werden können. Diese neuronalen Netze und das Machine Learning, was ich davor angesprochen habe, nehmen wir jetzt mal ganz kurz vor, bevor wir uns jetzt in die Tiefen von Chat-GPT bewegen. Das Lernen in dem Rahmen basiert meistens darauf, dass wir irgendwelche Trainingsdaten haben, beispielsweise Bilder von irgendwelchen Tieren. Die versehen wir mit Labels, also der Name des Tieres, ist ein Vogel, ist ein Pferd, ist eine Katze und diese Bilder werden dann als Trainingsdaten übergeben an ein neuronales Netz, an einen ML-Algorithmus, dass da diese Parameter dreht und wendet, bis da etwas Vernünftiges herauskommt. Und wenn die Leute, die dieses System trainiert haben, glauben, es hätte jetzt genügend Daten verarbeitet, dann nimmt man weitere Bilder, wenn es um Bilddaten geht und füttert die jetzt im Erkennungsmodus und schaut, ob, wenn ich da eine Katze präsentiere, ob dann wirklich die Aussage zurückkommt, hey, das ist eine Katze, oder ob vielleicht dann doch irgendwie Hund oder Schildkröte oder was auch immer herauskommt. Und sobald man zufrieden ist, beendet man das. Das ist so die frühere Sicht, mit der gearbeitet wurde und die in diesen neuronalen Netzen eben fleißig zum Einsatz kommt. Das Wichtige dort ist, dass diese Testdaten unabhängig sind und wenn man das nicht hat, dann passieren ganz viele schlimme Sachen, nämlich, dass diese Techniken zu Resultaten führen, die sie eigentlich gar nicht verdienen. Also beispielsweise, dass irgendwelche Krebszellenbilder, wie wir sie hier sehen, dann eben nicht aufgrund der Krebszellen selbst erkannt werden, sondern beispielsweise aufgrund der Information, ob von welchem Spital dieses Bild stammt und ähnliches. Also das sind klassische Fehler, die in solchen Systemen dann aufgetaucht sind. Hier sehen wir übrigens eine etwas andere KI, nämlich eben eine Taube, die genau auf diese Krebszellen-Diagnose trainiert wurde, dass sie da, je nachdem, ob ihrer Ansicht nach dieses Bild, diese Krebszellen, diese Gewebeabstrich Krebszellen zeigt oder nicht, auf das gelbe oder blaue Teil zeigt. Das ist so etwas Ähnliches, was man in diesen medizinischen Anwendungen macht. Damit das funktioniert, werden eben diese neuronalen Netze genutzt, beispielsweise eben, dass wir da alle Bildpunkte von links hereinnehmen und diese Bildpunkte werden dann, beispielsweise die Helligkeit oder die Farbe wird mit bestimmten Werten multipliziert, die wir über die Helligkeit dieser Linie darstellen. Also das beispielsweise etwas Helles stärker multipliziert ist als etwas Dunkles und dann in der nächsten Ebene wird das als Summenfunktion dieser gewichteten Eingänge verwendet. Diese Zwischenresultate gehen dann meistens durch weitere Stufen, bei denen diese Eingänge und Ausgänge, die dann weiterverarbeitet werden, bis am Schluss in dieser senkrechten Darstellung dann möglicherweise eben zu oberst, das ist wahrscheinlich eine Katze auf der nächsten Stufe, das ist wahrscheinlich ein Hund, das ist eine Schildkröte etc. rauskommt. Also es gibt eine statistische Korrelation zwischen bestimmten Eingangsparametern und diesen Ausgangsparametern und das neuronale Netz während dem Trainingsvorgang versucht, eben diese statistische Korrelation möglichst hoch zu halten, dass diese Ausgangssignale möglichst zuverlässig sind. Eine wichtige Eigenschaft ist, dass wir uns nicht zu sehr auf die Details konzentrieren sollten, sondern eben, dass diese KI und Machine Learning Systeme möglichst versuchen sollten, etwas zu abstrahieren. Wenn wir jetzt hier auf zwei Achsen beispielsweise die Grösse der Zelle und die Stärke der Zellwand beispielsweise auftragen und blau oder rot sagt, ob diese Kombination dann jetzt Krebszellen waren oder nicht, dann können wir hier eine solche Trennlinie durchführen, die sagt, ja, eben die rote Seite ausserhalb dieser weißen Linie, das ist größtenteils Krebszelle, das innerhalb ist größtenteils eine gute Zelle. Wir könnten auch eine grüne Linie ziehen, die eben wirklich perfekt das umsetzen würde. Aber wenn wir das perfekt machen wollen, haben wir den Nachteil, dass diese Systeme wirklich auf die Einzelfälle trainiert werden und dann eben nur noch die Einzelfälle trainieren. und nicht mehr versuchen, die Bilder zu klassifizieren, in Schubladen zu packen. Wir wollen mit diesen KI-Systemen, Entschuldigung, dass sie eben versuchen, diese Schubladen anzulegen, diese Schubladen zu nutzen, diese Abstraktionsebene mit hinzuzufügen, weil sonst replizieren sie einfach da die einzelnen Ausgaberesultate, die Eingangsresultate, weil das ist einfacher als eben zu generalisieren. Wenn wir uns jetzt mit diesem Vorwissen auf ChatGPT zu bewegen, haben wir jetzt auch zwei kurze Sätze, wie das schon eingangs erwähnt wurde, jetzt etwas technischere Sätze, nicht ich bin ein grosses Sprachmodell, das von OpenAI trainiert wurde, sondern ChatGPT ist eigentlich nur eine Textvervollständigung, welche Fragen anhand von Mustern und eben Nichtwissen vervollständigt. Diese Muster wurden aus geschredderten Texten aus dem Internet extrahiert, unter anderem. Die Ausgabe, die als Antwort auf unsere Diskussion kommt, wird von Häufigkeiten erzeugt, statistischen Zusammenhängen, wie wahrscheinlich ein Token, das sind kurze Zeichensequenzen, wir schauen uns das hier in einzelnen Buchstaben an, nachher, auf ein anderes Token folgt. Und diese Häufigkeiten werden ein bisschen nach oben und unten bewegt, moduliert, aufgrund diesen Mustern, die dort aus diesen Texten extrahiert wurden. Das war jetzt ein bisschen abstrakt, aber eben das Wichtigste ist, es ist eine Textvervollständigung, die rein aufgrund von diesen statistischen Mechanismen funktioniert. Jetzt bauen wir uns doch ein kurzes GPT selbst. Andrei Karpathy macht das in einem zweistündigen Video und erzeugt dort zwei, etwa 200 Zeilen lange Programme, die das sehr gut nachbilden. Hier orientiere ich mich an diesem Video und versuche das aber ein bisschen stärker zu abstrahieren, sodass wir eben gar keine Programmierkenntnisse brauchen. GPT stammt von der Abkürzung, dass es eben generativ ist, also etwas erzeugt und eben nicht nur etwas erkennt. Transformer. Das ist ein Mechanismus, der von Google-AI-Forschern 2017, also vor knapp sechs Jahren, publiziert wurde. Eine Idee unter dem Paper, Attention is all you need, auf das wir dann ein bisschen später eingehen. Und eben diese Attention ist diese Haupteigenschaft von diesen Transformer-Modellen, auf denen Chat-GPT basiert. Und es ist eben nicht nur die Rechenanweisung, wie die Sachen gemacht werden sollen, sondern es kommt eben gleichzeitig mit vortrainierten Daten eben diese Muster, die aus dem Internet extrahiert wurden. Diese Muster, die wir jetzt in der nächsten Demo-Folie verwenden für unser kleines GPT, sind etwa ein Megabyte, also eine Million Zeichen Shakespeare-Texte. Und wir trainieren jetzt ein kleines, einfaches, einen kleinen Bruder von Chat-GPT darauf, solche Shakespeare-Texte zu generieren. Shakespeare-ähnliche Texte und eben nicht Shakespeare-identische Texte. Dieses Nano-GPT, das wir hier aufbauen, lernt Muster aus dem Text. Und zwar eben insbesondere einfach die Zeichenhäufigkeiten. Also, dass in einem englischen Text nach einem T am häufigsten ein H kommt, etwas weniger häufiger I und E. Oder dass nach einem I am häufigsten ein N und etwas weniger häufiger S und T's kommen. Das ist die Hauptinput, die wir hier jetzt erzeugen. Und das ist die wichtigste Information, die unser Nano-GPT verwendet. Und er versucht jetzt eben diese Häufigkeiten zu reproduzieren. Das ist relativ langweilig oder relativ nicht so englisch klingend, wenn wir uns das anschauen. Da jetzt einfach rein diese Häufigkeit aus diesem Shakespeare-Text, aus dieser Million Zeichen da zu extrahieren. Das führt zu etwas, was nicht wirklich wie englisch aussieht. Wir werden aber jetzt nach und nach noch ein paar Verbesserungen hinzufügen und am Schluss werden wir erstaunlich shakespearische Texte produzieren können. Das Problem ist, dass hier eben noch jeglicher Textzusammenhang fehlt. Es ist nämlich nur so, dass das direkte Vorgängerzeichen das nächste Zeichen bestimmt, die Wahrscheinlichkeit, mit der es abgebildet wird. Das reicht natürlich nicht, um irgendwelche Sprache oder ähnliche komplexe Systeme zu beschreiben. Und der Mechanismus, der hier zum Tragen kommt, ist Aufmerksamkeit, eben dieses Attention, dieses kennzeichnende Merkmal der Transformer-Technik. Aufmerksamkeit ist im Prinzip eine speichersparende Variante einer etwas grösseren Tabelle, dass wir nämlich nicht nur bestimmen, dass nach einem T am häufigsten ein H kommt, sondern dass wir uns die letzten fünf oder zehn oder sogar zwanzig Zeichen anschauen und bestimmen, was ist dann das häufigste Zeichen, das nach dieser fünf oder zehn oder zwanzig Zeichen langen Zeichenfolge kommt. Jetzt eine Zeichenfolge von nur zwanzig Zeichen zu verwenden, würde schon nicht reichen, um irgendwie halbwegs vernünftige Sprache zu generieren, weil eben ein Satzzusammenhang, insbesondere bei Deutsch, wo ja ein Verbteil dann erst ganz am Schluss kommen kann des Satzes, da sind häufig mehr als zwanzig Zeichen da und da, wenn dieser Zusammenhang nicht mehr da wäre, wäre das wirklich, käme kein, auch nur halbwegs deutsch klingender Text hinaus. Und gleichzeitig wäre es schon für zehn Zeichen nötig, da Terabyte von Daten abzuspeichern und wir hätten eben auch nicht genügend Informationen, um das zuverlässig herauszubekommen. Also dieser Zusammenhang macht im Prinzip zur Laufzeit, werden dort berechnet, welches sind die wichtigsten Buchstaben aus den letzten zehn, zwanzig, dreißig Buchstaben, die noch wichtig sein könnten für die Erzeugung des nächsten Zeichens. Das ist dieses Attention, was da hineinkommt. Das ist eine kompakte Repräsentation von weit zurückreichenden Textzusammenhängen, die auf sehr einfache mathematische Operationen zurückgeführt werden können, nämlich auf eine Matrix-Multiplikation. Jetzt, wenn wir Attention hinzufügen, haben wir schon etwas, was deutlich eher an englischem Text aussieht. Wir erkennen da einige Wörter, die mit ein bisschen gutem Willen schon englisch sein könnten. Aber eben nur so ein Feedback aus den vergangenen zehn, zwanzig, dreißig Zeichen ist noch ein bisschen wenig. Wir fügen weitere Möglichkeiten hinzu, weitere Möglichkeiten aus anderen Zeichenkombinationen, zusätzlichen Zeichenkombinationen, das einfließen zu lassen. Also, dass wir schlussendlich eben etwa ein Dutzend von diesen früheren Zusammenhängen haben, die wir da statistisch auswerten und in das nächste Zeichen interpretieren. Diese Zahlen einfach nur so zu kombinieren, ist ein bisschen schwierig. Deshalb lassen wir da noch ein neuronales Netz drüber, das wir vorher gesehen haben, dass diese Daten und ihre Zusammenhänge noch deutlich besser auswertet. Und dann haben wir schon eben etwas, was ein bisschen nach Shakespeare-ähnlichem Text klingen könnten, und so weiter. Also, wenn man einfach so zuhört, könnte das durchaus schon ein bisschen englisch sein. Jetzt, in diesen Zwischenresultaten können ein paar sehr große Werte auftauchen. Die normalisieren wir, damit sie nicht so eine große Auswirkung haben. Und eine wichtige Funktion ist, wir alkoholisieren im Prinzip unser Chat-GPT während diesem Lernvorgang. Nämlich, wenn es etwas lernt, wird immer ein Teil dieser Teile des neuronalen Netzwerks ausgeblendet, damit diese nicht weiter lernen können. Und das ist der Trick, der verwendet wird, um eben eher da diese schöne runde Linie herauszubekommen, anstelle von dieser detaillierten grünen Linie. Also, dass wir da einen bestimmten Abstraktionsmechanismus da hineinbekommen und eine Schubladisierung erreichen können, dass wirklich die wichtigen Teile herauskommen und nicht einzelne Teile. Und dann haben wir einen Text, der ja schon als Shakespeare-Stück da herauskommen könnte. Eben The Top in a World by Suffering Grace und da Lucio beginnt zu reden, etc. Wir wollen ja eben einen Shakespeare-ähnlichen Text und einen Shakespeare-identischen Text. Deshalb brauchen wir da diese Fehler, die wir da in diesem Lernschritt absichtlich eingefügt haben. Das Wichtige ist aber, dass der Trainingstext nicht in einem großen Zusammenhang erstellt wird. Hier werden jeweils nur 200 Zeichen in diesem Beispielcode von André Carpatti verwendet. 200 Zeichen am Stück. Bei ChatGPT sind es 2.000 bis 4.000 Zeichen am Stück, also ein Wikipedia-Artikel. Wenn der eingelesen wird oder ein größerer Text aus irgendeinem Buch, der wird in 2.000 Zeichen große Stücke zerschreddert, die mitten in einem Satz, mitten in einem Wort beginnen und enden können. Und diese werden verwenden. Ganz wichtig ist auch, jeder Output ist zufällig, jeder Output ist anders, weil wir wollen ja eben nicht immer nur den häufigsten Nachfolge der Zeichen verwenden, sondern wir wollen das Gewichten mit, also das eben nach einem T häufigeren H als ein I und als ein E kommt. Und damit das funktioniert, müssen wir im Prinzip mit Würfeln, Würfeln Zufallszahlen generieren. So, das war jetzt so im Prinzip der wichtigste Teil, genau, weil sonst haben wir nämlich, nach einem T wird ein H erzeugt, nach einem H ist das häufigste Zeichen ein E, nach dem E ist das häufigste Zeichen ein R, nach dem R ist wieder das häufigste Zeichen ein E, etc. Also es käme ein sehr langweiliger Text heraus, wenn diese zufällige Durchmischung nicht da wäre. So, das war jetzt der technischste Teil. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter nach oben, aber eben das Wichtige ist, das sind einfach statistische Auswertungen über kürzere und längere Textzusammenhänge, die da reproduziert werden. Das ist das, was wir, was Sie da aus dem letzten Folie eigentlich mitnehmen sollten. GPT-3, auf dessen Basis ja ChatGPT basiert, hat ein paar Terabyte Daten und nicht nur ein paar Megabyte Daten. Ob es jetzt eineinhalb oder 45 sind, das ist unklar und daraus werden 175 Milliarden Variablen erzeugt, die versuchen, dieses Modell, dieses Textmodell zu repräsentieren. GPT-4, das vor etwa einem Monat rausgekommen ist, hat eben rund eine Billion, also Millionen mal Millionen von diesen Parametern wird vermutet. OpenAI gibt sich da sehr verschlossen. Also das heisst, eben das ist etwa eine Festplatte voll an Parametern, die da mitgeliefert wird. Grundsätzlich ist aber nichts viel anderes, ist einfach grösser und hat mehr von all diesen Mechanismen, als wir vorher beim Nano-GPT gesehen haben. Keine grundsätzlichen grösseren Änderungen. GPT-3 schreibt und vervollständigt auch einfach seine Texte, aber es gibt einen Trick, mit dem wir ihm unseren Input als Grundlage für seinen eigenen Output vorgaukeln. Also dass er nachher GPT-3 meint, das sei, dass unsere Anfrage Teil seines Textes sei und den einfach so weiterführt, als ob sein Text wäre. Zu den Beantwortungen der Fragen wird ein weiterer Trick angewendet, weil ja eben diese GPT-Modelle eigentlich nur Texte vervollständigen und nicht Fragen beantworten, werden sie mit Frage-Antwort-Paaren trainiert, damit dieses natürliche Beantworten von Fragen beliebt wird. Und nur ein Teil davon wird automatisch, von diesen Antworten wird automatisch generiert, einfach weil das ein zu großer Aufwand wäre. Man lässt dann Chat-GPT eigene Texte generieren und von Menschen bewerten, ob das gute oder schlechte Antworten wären. Das ist dieses Reinforcement Learning from Human Feedback. Also wir haben ein statistisches Modell und das wird dann einfach dadurch trainiert, dass dort Fragen und Antworten kommen, dass es gerne oder dass es üblich ist, dass ein Muster, das daraus entsteht, ist die Extraktion von Daten, ist die Komplettierung von einer Frage mit einer Antwort. Aber dass da ein Fragezeichen drin vorkommt, das hat keine spezifische Bedeutung, ein Fragezeichen ist nicht eine besondere Anweisung an Chat-GPT. Das ist ein Zeichen wie jedes andere auch in diesem Text, der generiert wird. Man sah übrigens, dass einige dieser in Anführungszeichen Sicherheitsmaßnahmen von OpenAI rund um Chat-GPT am Anfang sehr gut ausgetrickst werden konnten, indem man eine Antwort begonnen hat und diese Antwort dann automatisiert weitergeführt wurde und dass dort dann häufig mehr Informationen heraus kamen, als wenn man das nur als Frage gestellt hat. Also wenn wir jetzt das nochmal zurückgehen, eben Chat-GPT ist eine Textvervollständigung, welche Fragen anhand von unseren Mustern anhand von Mustern vervollständigt, die aus geschredderten Texten aus dem Internet extrahiert wurden. Den gleichen Satz kennen Sie schon mal. Ich will einfach nochmal wieder auf diese Abstraktionsebene zurückgehen. Die Ausgabe wird aufgrund von statistisch ermittelten Häufigkeiten erzeugt, wie wahrscheinlich ein Token auf ein anderes Token folgt, moduliert von eben diesen Mustern. Das ist das, was Chat-GPT eigentlich macht. Und natürlich kann dann halt eben etwas schief gehen. Also beispielsweise können wir unvollständige, falsche oder einseitige Trainingsdaten haben, eben diese Biases. Chat-GPT mag favorieren. Fakten und Mathematik sind eher schwierig, weil es kann nämlich nur Textmuster repräsentieren. Es kann keine Rechenoperationen repräsentieren. Auch wenn wir 23 plus 17 addieren lassen, dann ist das eine Textmanipulation, die mit ganz vielen Rechenoperationen, aber ganz vielen Rechenoperationen auf diesem Text durchgeführt wird. Und die Zahl 17 und 23, die kommt nirgends in diesen Rechenoperationen drin vor. Es gibt keine eingebaute Logik. Es gibt nur diese Repräsentation von Texten, Textmustern auf verschiedenen Ebenen. Eben wie Wörter strukturiert sind, wie Sätze strukturiert sind, wie Beweismuster, wie Zusammenfassungen und Ähnliches modelliert sind. Und eben wir haben kein Verständnis des Textes. Ja, das war's. Eben mehr Informationen dazu gibt es auf masselwaldvogel.ch schrägstrich KI. Und dann kommt jetzt, glaube ich, eine kurze philosophische Betrachtung und nachher, glaube ich, die Fragen. Die Fragen sind das richtige Standard. Vielleicht können wir jetzt gleich schon kurz auf Fragen eingehen, die unser Referat anschließen. Und dann geht das Wort an Robin, wenn wir soweit sind. Ich würde jetzt gerne gleich eine, also Andrin hat sich gemeldet, ich nehme ihn gleich dran. Ich würde gerne eine Frage von mir jetzt stellen. Du hast jetzt dieses Beispiel vorgezeigt mit einer Logikaufgabe. Also wenn eine Frau in neun Monaten ein Baby bekommen kann, wie viele Babys können neun Frauen in einem Monat bekommen? Und dann hast du gezeigt, das kann nicht auf Logik zugreifen, wenn ich jetzt aber GPT-4 nehme, dann kann es, ich habe es gleich ausprobiert, das kann die Aufgabe problemlos lösen. Es sagt nämlich, das ist kein linearer Zusammenhang zwischen Babys bekommen, es dauert neun Monate, bis ein Baby auf die Welt kommt. Und das sehen wir ja bei vielen solchen Beispielen, dass sich das laufend verbessert. Kannst du kurz sagen, wie jetzt OpenAI das macht, dass das Tool diese Dinge dann plötzlich kann, die es vorher noch nicht konnte oder wo die Logik gefehlt hat? Also, doch, ich bin noch nicht, ihr hört mich, oder? Ja, man hört mich, klar. Ich hatte kurz eben vor, noch ab Mute zu stellen. Gut. Man sieht hier, das ist der Versuch zwei von zwei. Beim ersten Versuch kam eben eine ähnliche Antwort, wie jetzt Philipp vorher bei ChatGPT erreicht hat, nämlich, dass es gesagt hat, naja, auch neun Frauen liefern frühestens in neun Monaten ein Kind, dafür halt dann neun, aber erst nach neun Monaten. Also, dieser Zusammenhang, den gab es schon früher. Man hat ihn einfach häufiger oder weniger häufiger erkannt und das kommt darauf, davon her, dass eben diese einzelnen Textbeispiele, je nachdem, welche Textmuster wie starken Einfluss haben. Und ich habe ja erläutert, dass da jedes Mal Zufallszahlen mit hinzukommen, wenn ausgewählt wird, wie jetzt dieser Satz weitergeführt wird. Und da kann man Glück oder Pech haben, dass jetzt die Zufallszahlen einem genehm waren oder halt eben nicht genehm waren, einem gelegen kamen, um ein gutes Resultat zu erreichen oder ein schlechtes Resultat. Auch eben die Wahrscheinlichkeit, dass vierstellige Zahlen korrekt addiert werden können, ist bei ChatGPT relativ hoch. Bei GPT3 waren es noch etwa dreizifrige Zahlen, die da zusammenkamen. Also, es werden einfach mehr von diesen Trainingsdaten verarbeitet und dabei ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass gute Regeln, die unseren Fragen entsprechen, da ins System hineintrainiert werden. Beantworte ich das deine Frage. Danke sehr, dann gebe ich gerne das Wort an Andrin weiter, der sich mit erhobener Hand gemeldet hat. Ja, also ich formuliere mal eine Frage, ob jetzt die Antwort rauskommt, weiß ich auch nicht. Ich habe ein Video geschaut, wo mir noch erklärt worden ist, dass er ja immer den vorgenahnden Text, den man eingibt, analysiert. Und dort tut er wie die Sprache vereinfachen und so Keywörder raussuchen und dann sagen, das ist irgendwie ein wichtiger Haken oder so. Und am Schluss hat er eigentlich nicht einen Text, sondern eigentlich nur noch Schlüsselwörter und die er dann nachher weiterverarbeitet. Sind diese Schlüsselwörter, ist das Aufmerksamkeit? Oder wie muss ich das mit dieser Aufmerksamkeit verstehen? Das habe ich irgendwie, Jacki, nicht zusammen. Okay, also wir haben zwei Unterschiede, oder wir haben einen Unterschied zwischen Nano-GPT und den grossen GPTs. Eben Nano-GPT basiert auf Zeichenbasis. Die grossen GPTs basieren auf dieser Tokenbasis. Das sind häufig englische Wörter und Wortstämme, aber nicht nur. Und diese kommen während einer Zahl zugeordnet und in einem, glaube ich, 12'000-dimensionalen Raum platziert, damit gewisse Nachbarschaften, das habe ich alles weglassen, damit gewisse Nachbarschaften Analogien haben, was dann wiederum auch so für Sachen mit der Übersetzung hilfreich ist. Also beispielsweise, dass dann halt Dog und Hund in irgendeiner dieser Dimensionen dann in der Nähe sind voneinander. Also dieser Teil rund um die Tokenisierung und die Platzierung. Ein komplexes Modell. Das ist einfach nochmal ein zusätzlicher Schritt, wo es ermöglicht, dass noch ein bisschen mehr Semantik dort hineinkommt. Wobei eben bei einem deutschen Text hat das relativ wenig Einfluss, würde ich jetzt mal vermuten. Denn eben, weil die Wortliste von 57'000 Wörtern oder eben Tokens, die ist mindestens für GPT-2 öffentlich und glaube, GPT-3 braucht eine sehr ähnliche. Das ist das eine. Und der zweite Teil ist eben die Formulierung, dass es da eben das Wichtige extrahiert. Das ist der Attention-Mechanismus. Also, dass da Gewichtungsfunktionen drin kommen, wo aufgrund von aktuellen Zeichen, aktuellen Symbolen der letzten paar Token geschaut wird, welche potenziell interessante Positionen wir vorher hatten. Und an diesen Positionen hat es möglicherweise Wert, wo eine gewisse Aktivität haben, wo ein gewisses Interesse haben. Und dann werden im Prinzip die Anfragen, aufgrund von aktuellen Zeichen, mit dieser Datenbasis korreliert, indem man eine riesige Matrix-Multiplikation macht und dann die stärksten Zahlen auswählt. Also, es ist so ein bisschen die Vereinfachtheit, das, was dann dorthin passiert. Danke sehr. Ich wechsle wieder auf, weil wir das genau so vereinbart haben, damit das allgemein verständlich ist. Es gibt noch zwei kurze Fragen im Chat, bevor wir dann zu Robin übergehen. Stefan hat gefragt, wie viele Parameter oder Wörter ChatGPD pro Sekunde verarbeitet, die Geschwindigkeit. Und die zweite Frage nehme ich gleich dazu. Hansjörg hat gesagt, ein Computercode darf ja eigentlich keine Fehler enthalten, sondern er muss zu 100 Prozent richtig sein. Und trotzdem gibt es so dieses Fehlerdenken in diesen KI-Tools drin. Kannst du kurz erklären, wie ein korrekter Computercode quasi Fehler produzieren kann, wie man sich das jetzt so vorstellen kann? Ich hoffe, ich habe die Frage richtig formuliert, Hansjörg. Ich weiss gerade nicht, wie viele Parameter und Wörter da pro Sekunde ausgespuckt werden. Es ist so, dass mindestens so für einen Trainingslauf Elektrizität im Wert von ein paar Millionen Franken umgesetzt wird. Und ich glaube, da sind etliche Grafikkarten am Rechnen kontinuierlich. Also wahrscheinlich aber Tausende. Es gibt einige Artikel, die versuchen, das ein bisschen auszuleuchten, wie viel da ist. Also ich würde sagen, da sind Tausende von Grafikkarten mit jeweils Tausenden von Prozessorelementen drauf, sind da durchgehend am Rechnen, wenn da was produziert wird. Also das heisst eben, dass da wahrscheinlich Millionen bis Milliarden Zeichen oder Wörter pro Sekunde produziert werden. So, aus grobe Schätzung. Computercode, ob der jetzt korrekt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Es gibt also ein schönes Sprichwort unter Informatikern. Jedes Programm hat mindestens einen Fehler und wenn man diesen Fehler entfernt, bleibt es ein Programm. Also jedes nicht-triviale Programm hat mindestens einen Fehler. Das ist sicher eine Aussage, die wir machen können, aber das Programm macht eigentlich genau das, was es soll und wofür es erstellt wurde. Es hat eigentlich, wenn wir das vom Design her anschauen, hat es eigentlich keinen Fehler. Seine Aufgabe ist es, Muster, Kurz- und Langdistanzmuster aus diesen Texten zu extrahieren und zu reproduzieren. Dass wir dem Bedeutung zumessen als Menschen, ist eigentlich dann eher unser Fehler, dass wir uns da austricksen lassen von diesen Texten, würde ich jetzt mal so sagen. Ist das etwa die erwartete Antwort oder war die Frage anders gemeint? Ja, ich dachte nur, du hast immer gesagt, man kann Fehler machen. Es sind gewisse Abstraktionen eben mit dieser Linie, die rund ist, statt so geschwungen. Und beim Computerprogramm, wenn ein Zeichen falsch ist, dann funktioniert das zum Beispiel nicht. Nicht, dass ein HTML-Code, wenn ein Strichpunkt fehlt, dann wird irgendetwas nicht angezeigt oder irgend sowas. Das habe ich gedacht. Ja, aber diese Fehler sind einfach kleine Schwankungen in diesen riesigen Zahlenmengen, dass halt eben eine Zahl nicht 17,35, sondern 17,34 ist. Und wenn diese Funktionen oder diese Werte ein bisschen geändert werden, werden gewisse Wahrscheinlichkeiten verschoben. Und diese können dann eben zu besseren oder weniger guten Resultaten führen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was wir sehen, dass dieses Reinforcement Learning with Human Feedback hat, glaube ich, dazu geführt, dass lange Antworten eher beliebt sind. Antworten, also eine meiner Lieblingsanfragen ist eben, ein Brunnen wird in so und so vielen Stunden mit Wasser gefüllt von acht Röhren. Jetzt ist eine Röhre verstopft. Das Interessante ist, dass eben das Konzept des Verstopfts meistens richtig erkannt wird, dass dann eben eine Röhre weniger da ist. Der Rechenweg ist häufig dann sehr abstrus. Aber wir haben an diesen Beispielen eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Schüler, der einfach mal alles Mögliche als potenzielle Lösung hinschreibt und hofft, dass irgendwas davon dann schon als richtig durchgeht. Und ich glaube, das ist Teil dieses oder ein Nebeneffekt dieses Reinforcement Learnings, dass da die Menschen, die dieses Feedback zu bewerten hatten, zu erstellen hatten, wenn irgendwas halbwegs richtig drin war, dann haben sie gesagt, das ist gut so, was dann eben halt zu längeren und zum Teil redundanten, aber nicht immer korrekteren Antworten geführt hat. Es gibt noch viele Fragen. Ich unterbreche hier einmal kurz und möchte gerne das Wort noch an Robin geben, weil ich sehe, wir haben noch zwölf Minuten Zeit und vielleicht kann er auch noch aufs Prompt Engineering eingehen, das da von Pascal erwähnt worden ist. Und zum Schluss können wir vielleicht noch mal zu Marcel zurückschalten und er kann erklären, weshalb Token oder Buchstaben verwendet werden und nicht ganze Wörter, was jetzt auch von Tabea gefragt worden ist. Aber erst mal werfe ich den Ball rüber zu Robin. Danke viel, Maus. Und danke dir, Marcel, für diesen Input. Ich glaube, ich habe das jetzt schon deutlich besser verstanden als zuvor. Auch ich hätte natürlich noch viele Fragen. Ich möchte aber einen ganz kleinen philosophischen Input geben. Vielleicht bin ich da auch irgendwo auf dem Holzweg, aber ich habe mir überlegt, in dieser Diskussion ist ja oft ja auch die Rede von den sogenannten emergenten Phänomenen, Beispielsweise, dass JetGPT mit der Vierer-Version nun auch so eine rudimentäre Theory of the Mind bilden kann, wenn die KI mit uns interagiert und quasi wirklich antizipieren kann, was in uns, was in anderen vorgehen kann. Das ist nur eines von vielen emergenten Phänomenen, die in den vergangenen Wochen bemerkt worden sind. Und das Spannende dabei ist, dass ja die Leute, die das programmiert haben, Experten wie du, selten gerade schon Antworten bereit haben, warum dieses super elaborierte Programm das kann. Und etwas, ich bin kein Informatiker, ich kann leider nicht coden. Ich hoffe, das irgendwann in den Sommerferien so ansatzweise ein bisschen nachzuholen. JetGPT macht es ja einem leicht, vielleicht dann selber mal zu Beginn. Aber ich bin von Hause aus, sagen wir mal, eher philosophisch. Und deshalb habe ich mich gefragt, kann die Philosophie des Geistes, können die Kognitionswissenschaften, kann die Linguistik und Psychologie uns vielleicht helfen, diese Phänomene, die in diesen Hidden Layers, in dieser Black Box, vor sich gehen, vielleicht besser zu beschreiben, besser zu, oder zumindest ansatzweise erklären, was da eigentlich vor sich geht. Ich habe Philosophie leider nur im zweiten Nebenfach studiert. Mein Wissen ist sehr begrenzt. Ich denke hier beispielsweise an Jerry Fodor mit seiner Language of Swords. Vielleicht kennt ihr den Begriff des Mentalisischen. Mittlerweile ist er schon ein paar Jahre tot, das Konzept schon länger verworfen. Aber die Idee, dass quasi alle Menschen auf einer ähnlichen Rechensprache denken, faszinierte mich schon früh. Und ich frage mich, könnte man vielleicht eine Hypothese aufstellen zu einem Mentalisischen, der KI würde uns das weiterbringen. Das ist mehr eine Anregung, vielleicht auch philosophische Wege in Betracht zu ziehen. Konkrete Antworten habe ich leider keine. Auch nicht auf die Frage von Pascal zum Prompt Engineering. Wie stehst du zu diesem Thema? Ist es wichtig, dass wir in Zukunft vielleicht noch mehr die Transdisziplinarität, Interdisziplinarität mit den Philosophen suchen, um solche emergente Phänomene und was uns sonst noch so erwartet, in Zukunft besser verstehen zu können? Das war jetzt an mich gerichtet, nehme ich an, ja. Also ich finde es extrem spannend, was da an eben diese Überlegungen, dass wir jetzt etwas haben, was sich doch ein bisschen menschlich anfühlt in dieser Diskussion, was das an Diskussionen übers Menschsein und über unsere Rolle in der Zukunft und auch über unser Selbstverständnis an Diskussionen da eben angeregt hat. Also von daher finde ich, hat die KI sicher auch mitgeholfen, da eben Soziologie und Philosophie und Ethik auf vielen Plattformen eben deutlich präsenter machen zu lassen, was ich sehr gut finde, dass wir da mehr über uns selbst nachdenken. Ob jetzt da eben in diesen Statistiken drin, ich habe es jetzt absichtlich eben wirklich auf eine, versucht auf eine sehr mathematische Weise zu beschreiben, ob jetzt wirklich aus diesen Statistiken heraus sowas wie echte Intelligenz langsam herauskommt oder eben nicht, das weiss ich nicht. Also ich vermute mal, dass sicher auch einige unserer Eigenschaften, wie eben, dass wir so Sachen wie Überlebenswillen, der Wille auch eine Arbeit gut zu machen, sozial interagieren zu können und so weiter, sicher zum Teil auch auf unserer Körperlichkeit und aufgrund, dass wir eine Pluralität von Personen sind, die zwar ähnlich denken und miteinander interagieren müssen, dass diese Sachen, denke ich, wichtiger sind als die, oder eben wichtig sind, während so ein alleinstehendes Gehirn, auch wenn das jetzt irgendwann aus JetGPT vielleicht oder aus diesen GPT und anderen Modellen herauskommt, dass dieses Gehirn dort einfach immer noch einen qualitativen Unterschied zu unserem eigenen sozialen und eben körperlichen Dasein hat. Aber eben da bin ich definitiv zu weit weg von, eben ich habe das nicht mal als Nebenfach studiert, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck, der daraus entstanden ist. Das andere ist, denke ich, auch, was einige Leute gesagt haben, ich weiss nicht mehr, wer das ursprünglich gesagt hat, dass wir versuchen, da Wissen, Intelligenz und Ähnliches in diese Texte hinein zu interpretieren. Wahrscheinlich, weil wir es wollen und weil wir uns das gewohnt sind, so ähnlich wie wir in fast jedem Bild irgendwo ein Gesicht erkennen können, auch wenn dort kein Gesicht da ist, versuchen wir vielleicht eben in jedem geschriebenen Wort oder geschriebenen Satz da halt auch irgendwie ein bisschen die Intelligenz dahinter erkennen zu wollen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Danke. Dann können wir vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage von Tabea aufnehmen und versuchen nochmal ganz, das so wie zusammenfassend zu sagen, warum verwenden diese Programme nicht Wörter und sagen voraus, welches das nächste Wort ist, das wahrscheinlich darauf folgt. Also so ähnlich wie wenn ich bei meinem Handy einen Satz eingebe und dann schlägt es mir immer vor, was könnte jetzt das nächste Wort sein, was ich schreiben würde. Warum sind das Buchstaben oder Buchstabenkombinationen? Also so, das heisst ja Token und wenn ich das richtig verstanden habe, sind Token zwei Buchstaben beispielsweise oder drei Buchstaben, sowas, einfach wenige Buchstaben und damit arbeiten. Darin erkennt dann dieses Programm eigentlich Muster in der Sprache. Warum basiert das nicht auf Wörtern, sondern auf diesem Token? Kannst du das vielleicht ganz zum Schluss noch sagen? Und dann kann Hansjörg dann gleich vielleicht auch abschliessen, wenn du die Frage beantwortet hast. Danke. Das Warum kann ich nicht so direkt beantworten, das müsste man sicher die Leute dahinter fragen, aber eben es hat wahrscheinlich gewisse Vorteile, A, weil es größere Daten, also kleinere Datenmengen sind aufs Mal. Also, dass pro Informationseinheit mehr Information dabei ist und dass man deshalb etwas schneller vorankommt. Eine andere Eigenschaft ist auch, diese Modelle sind mehrsprachig. Welche Worte verwenden wir dann? Wenn wir jedes Wort mit allen möglichen Endungen, insbesondere in Deutsch, dazunehmen würden, gäbe das eine riesige Anzahl. Ich glaube eben so, dieser Wert von etwa 60.000 Token ist so ein guter Mittelwert, bei dem schon gewisse Zusammenhänge ersichtlich sind, eben insbesondere im Englischen, weil es sind sehr viele englische Wortstämme mit dabei, aber auf der anderen Seite halt eben noch nicht diese Explosion, die wir wirklich mit ganzen Wörtern haben. Und ich glaube, das ist so irgendwie ein Kompromiss, der da irgendwie entstanden ist. Ich glaube, die Leute wissen es auch nicht wirklich genau, wieso es entstanden ist. Es hat nämlich zwei, drei seltsame Reddit-Usernamen in diesen Texten, in diesen Tabellen drin. Und wenn man ChatGPT nach diesen Worten fragt, merkt man, dass es irgendwie was weiß, aber gleichzeitig nichts weiß, weil eben keine zusätzlichen Informationen zu diesen Token abgelegt sind. Also ich glaube, diese Token sind auch durch irgendwelche seltsamen statistischen Auswertungen entstanden. Und die Ziele waren den Leuten, oder nicht alle Ziele waren den Leuten, die das programmiert haben und die Kriterien festgelegt haben, klar. Okay, vielen Dank, Herr Marcel Waldvogel. Herzlichen Dank auch an Robin Fürst und Philipp Wampfler für die Durchführung dieses Anlasses. Wir sehen, also wenn ich das von mir aus zusammenfasse, sind wir immer noch in einer Phase von Trial and Error. Vermutungen, Wahrscheinlichkeiten, was ist wohl das Häufigste, was könnte das Richtige sein? Nein, das wird immer besser, es wird verfeinert, aber wenn wir überlegen, wie wir eigentlich lernen, dann ist das gar nicht so unähnlich. Auch wir versuchen ja immer alles Neue an irgendwie etwas Bekanntes anzuknüpfen, damit wir es verstehen, vergleichen können und so weiter. Also mir schien der Approach gar nicht so menschenunähnlich. Das ist ja auch von Menschen natürlich gemacht, programmiert. Deshalb kommt das so, aber ich glaube, da wird noch vieles zu tun sein, damit die Antworten noch besser, noch verfeinert, noch menschenähnlicher werden. Aber herzlichen Dank für diesen Zwischenbericht, sage ich mal, der Technik, wie er heute einfach steht, was möglich ist, wie wir das überhaupt verstehen, bis jetzt. Und wir bleiben dran, es gibt weitere Veranstaltungen auf dem DLHS werden dann auch noch Schülerinnen und Schüler irgendwann zu Wort kommen und sagen, wie sie eigentlich diese Tools jetzt einsetzen. Ich weiß, dass mein Sohn dabei sein wird, der auch an der Kante Enge ist. Und das wird auch interessant sein, dann zu hören, wie das von der anderen Seite, also nicht von der Lehrpersonenseite, sondern von der Schülerinnenseite her ist. Ich danke auch allen Teilnehmenden, dass ihr dabei wart und zugehört habt, Geduld hatte, diese zum Teil nicht ganz einfachen Erklärungen entgegenzunehmen. Es geht da doch tief ins Technische rein, auch wenn man es abstrahiert und versucht, etwas weniger technisch zu machen. Ja, wir bleiben dran und wir hoffen, das Ding dann auch immer besser zu verstehen. Vielen Dank und schönen Abend. und auf der DLH-Seite wird irgendwann ein Link sein, wo man das dann wieder nochmals anhören kann, anschauen kann, wenn man will. Ich verabschiede mich und danke allen Teilnehmenden und Präsentierenden. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich.